Hallo, euer Lighty hier. Ja, entschuldigt dieses doch etwas billig produzierte Video. Es ist jetzt schon ziemlich spät und ich muss eigentlich dringend ins Bett. Aber bevor ich in den Weihnachtsurlaub verschwinde, wollte ich mich noch von euch verabschieden und ein paar Mitteilungen machen. Also, ihr habt ja mitgekriegt, die letzten Tage kam kein weiterer LP-Part von Elite Force. Und ja gut, ja, ihr habt das ja sicherlich, war wahrscheinlich bei euch ähnlich. Einfach die ganzen Weihnachtsvorbereitungen. Ich hatte doch einige Geschenke zu besorgen und überhaupt einfach was so vor Weihnachten einfach kommt. Es war auch bei der Arbeit nochmal extrem viel. Genau, und ja, aber für zwei Lieder hat es ja noch gereicht, die ich hochgeladen habe. Und ja, doch haben sich schon einige Leute angeguckt und ja, das freut mich. Ihr könnt übrigens, also es ist mir so ein bisschen aufgefallen, meine LPs werden manchmal ganz, ganz gut kommentiert. Bei den Liedern jetzt weniger. Also, ihr müsst nicht. Aber es würde mich freuen, wenn ihr da auch so gerne eure Meinung da lasst. Von mir aus auch gerne, wenn euch irgendwas nicht gefällt, also dürft ihr schon sagen, kein Problem. Genau, dann, wie schon gesagt, ich werde jetzt morgen, also es ist schon morgen, wir haben jetzt ein Uhr nachts. Aber, äh, nein, also ich werde morgen, später, nach der Arbeit, dann nach Hause fahren, zu meinen Eltern Weihnachten dort verbringen. Ich komme dann am 26. Abend zurück. Und wenn alles gut läuft und ich nicht für irgendeinen Kollegen einspringen muss, der krank wird oder sonst irgendwas, dann habe ich auch frei bis ins neue Jahr. Das heißt, äh, 27., 28., 29., 30., 31., äh, da habe ich, ja, Zeit und dann wird es da auch sicherlich hier auf jeden Fall noch ein paar Videos von mir geben. Also, ihr hört auf jeden Fall noch vor dem neuen Jahr was von mir, da könnt ihr euch sicher sein. Ähm, im Übrigen möchte ich ja meinen Kanal, also ich habe ja vor einiger Zeit dieses Video gemacht, in dem ich, ähm, so erzählt habe, dass ich meinen Kanal ein bisschen umstrukturiert habe. Und ich möchte noch ein paar neue Kategorien einfügen, ähm, da war ich schon in Gesprächen mit einigen Personen, weil das betrifft nicht nur mich alleine, da dürft ihr dann überrascht sein, was da noch kommt. Genau. Gut, ähm, das war's, wie schon gesagt, billig produziertes Video, jetzt mal eben kurz auf die Schnelle, ganz spontan. Ähm, ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall, ja, eine ganz schöne Zeit, ein frohes Weihnachtsfest mit eurer Familie und, ähm, ja, was, ja, habt einfach eine gute Zeit und, genau, völlig egal, ob ihr jetzt Christen seid oder nicht, ich, ich für meinen Teil wünsche euch auf jeden Fall eine gesegnete Weihnachten und, okay, dann bis, ja, bis dann, alles klar, ciao.